Das ist Robert. Und das ist Roberts Wohnung. Aber warum ist das denn so kalt hier? Die Heizung ist doch aufgedreht. Robert ruft seinen Vermieter an. Der will sich sofort um das Problem kümmern. Doch es passiert nichts. Obwohl Robert immer wieder anruft. Langsam reicht es ihm. Nur was kann er tun? Im Internet entdeckt Robert die Website des Mieterschutzbundes. Dort werden Mieter umfassend telefonisch oder persönlich beraten. Außer der Aufnahmegebühr und dem Jahresbeitrag kostet das nichts. Robert meldet sich an und vereinbart gleich danach einen Termin. Dabei berät ihn ein Mietrechtsspezialist, der ab jetzt alle weiteren Schritte erledigt. Und siehe da, Roberts Vermieter kümmert sich jetzt umgehend um die Reparatur der Heizung. Mieterschutzbund. Hilfe bei allen Problemen rund um das Miet- und Pachtrecht.